Ja, ich hab irgendwie meine... meine UI ausgemacht. Oh, okay. Ich könnte bald mal Land gebrauchen, wo ich... ...mal... ... äh, Bauernhof und sowas drauf bauen kann. Noch nichts in Sicht. Wie mach ich meine UI wieder? Warum ist meine UI ausgegangen? Und welche F-Tasten? Keine Ahnung. Egal. Jetzt gibt's ja erstmal... Jetzt kann ich nicht mehr scrollen. Arus... Ich hab das scrollen. Okay, jetzt geht's wieder. Aber... ... äh... ... ich kann meine Nachrichten nicht sehen. Und die Leiste unten hab ich halt auch nicht. Ha. Ah, Y. Ha. Okay, gut zu wissen. Mit X kann man übrigens Spielinformationen aufrufen. So, dass du es weißt. Bildinformationen was? Aufrufen. Aufrufen. Aufrufen, okay. Mit X. Ah, ja. Post DSL Kabel. Klient LAN. Aufrufen. Auch nicht schlecht. Ja. Okay. Mal ein Steinbruch hin. Wobei... Ja. Das sieht sich halt schon mal... ...ein Kohl- und Goldbergwerk an. Ja. Stimmt. Kann ich auch noch mal... Kann ich schon mal hier machen. Kann ich auch da direkt. Hier rein, da. Da ist es gut. So, Militärüber, du setzt Bracke. Jep. Tela. Stimmt. Tcha. Tcha. Da ist so ein Zyrax in meiner Viewerlist, was will der denn? Bei mir ist er nicht drin, ich habe einen Warenstau. Oh, okay. Einfach zu viele Baumstämme hier unterwegs. Ich glaube, ich könnte auch nochmal ein Sägewerk brauchen, mal wieder. Naja, drei reichen schon. Bei mir zumindest, keine Ahnung. Also ich meine, ein Überschuss an Baumstämme ist jetzt auch nicht schlimm, finde ich. Das ist richtig. Ja, wobei Baumstämme verbraucht man hier nicht, von daher… Stimmt gar nicht, stimmt jawohl! Sooo… Sooo… Soh, hier in der Source nicht viel Platz… So was hin… Werk nach da… Soh… Da raus. Sägewerk kommt rein. Okay. So Irgendwie Es ist noch nicht so viel zu tun Gerade finde ich Also ich bin gut beschäftigt Muss ich sagen Ich kann ja halt Ich will nicht überall Holzfäller hinsetzen Weil das ist halt einfach nur Werkzeuge verbraucht Aber naja Ach Können es doch nicht stören Werkzeuge verbrauchen Ja, was weiter Ja, schon coole Werkwerk fertig 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 Okay So Gut Gut Vielleicht aber gerade ganz gut Jetzt geht's wieder Ich muss also drüber sprechen Ich muss auch drüber sprechen Ich muss auch drüber sprechen Ich muss auch drüber sprechen Ich komme da langsam in die Nähe Da ist der Hafen Ja, da ist der Hafen Ist korrekt Und hier habe ich eigentlich mal ein bisschen Platz für Bauernhöfe Ja, ich habe hier auch Platz Ich könnte hier mal so Sachen machen Ich kann hier mal ein bisschen Platz für Bauernhöfe Ich kann hier mal ein bisschen Platz für Bauernhöfe Ich kann hier mal ein bisschen Platz für Bauernhöfe Ich kann hier mal ein bisschen Platz für Bauernhöfe What the fuck? Warum habe ich da einen Brunnen hingesetzt? Da sollte... Ein... Fischer Ah, naja Ich kann hier mal ein bisschen Platz für Bauernhöfe Okay. Typ, 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 typ. Alle meine Baracken ausschlagern. Oh, stopp, das war falsch. Da war noch gar kein Soldat drin. Hier ist einer drin. Da ist auch einer drin. Die Bretter sind schon wieder knapp, Alter. WTF? Ja, ich bin hier die ganze Zeit am Bauen. Das ist ja real. Ja, gut, egal. Da ist eine Eselstuch drin gebaut, statt einen Bauernhof. WTF? Ja, ich muss mehr darauf achten, was ich baue. Ja, gar nicht. So, Broroi. Ja, Broroi. Prost. Krust. Krust. Hm. Hm. Tja, mehr Holzfäller. Ja. Bringt die Bäume um. Ja. 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 Ja.